Wir suchen Dieter Ruhmeier, mit Dieter Ruhmeier, mit Dieter Ruhmeier, mit allen Skitze zu Hause. Wolfsburger kommt mit enorm viel Dynamik, enorm viel Tempo. Geht nach vorne und legen sofort das 2 zu 0 nach. Jesaja Herrmann. War übrigens im Trainingslager der Nationalmannschaft dabei, in La Manga. Das ist einer der wenigen Spieler, die hier trotzdem dabei sind. Voll uns natürlich ungemein. Er ist auch zweitbester Torschütze der Wolfsburger in der laufenden Saison. Sechs Tore hat er erzielt in 13 Saisonspielen. Toptorschütze ist auch hier am Start in Lübeck, Maximilian Jahnke. Er erzielt in neun Treffer in 13 Spielen. Die Wolfsburger lieben eh den Offensivfußball. Haben die offensivstärkste Mannschaft der ganzen Liga. 41 Tore in 13 Spielen. Allerdings auch 20 Gegentore. Haben wir das mal in Tabellenzweiter mit 27 Punkten. Vier Punkte hinter dem Tabellenersten. Das ist Holstein Kiel. Allerdings die mit ihrer U17. Die U17 spielt beim VfL. Ja, in der Bundesliga Nord. Wir haben zwei Autos, die schlechten Haken sind. Sie versperren an die wildige Zufahrt. Wir bitten die beiden Autos mit folgenden Kettbein zu entfernen. M-I-Y-O-8-2-3 und M-I-C-J-2-8-0. Wir bitten aus dem Flug- und Rennungsweg zu aus dem Zufahrt entfernen. M-I-Y-O-8-2-3 und M-I-C-J-2-8-0. Jetzt die Wolfsburger wieder mit der Abschluss und dem 3 zu 0. Bruno Rümmler. Nett sein für die Wolfsburger. Wir haben noch keine fünf Minuten gespielt. Nürnberg wird noch richtig wach in diesem Turnier. Jetzt mal quer gespielt, aber auch da die Ballverarbeitung nicht wirklich gut. Ball nochmal zurückgelegt und der Ball geht über das Tor. Also, Wolfsburg setzt hier in den ersten Spielminuten. Die zeigen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Jetzt sind vier Sekunden oben und deswegen Freistoß. Für Nürnberg gepfiffen von Michael Walker. Der jetzt den Keeper nochmal ermahnt, den Ball nicht wegzuschießen. Ja, die Wolfsburger tauchen jetzt mit zwei gegen null vom Tor auf, aber die Rückgabe kam nicht ganz perfekt dann. beim Tor schützt den Bruno Rümmler. Der jetzt den Ball wieder behauptet. Über das Tor Maximilian Janke. Über den Katzen. Die Wolfsburger mit der siebten Teilnahme jetzt noch mit keiner großen True-Back-Cup-Geschichte, was das Ganze auch fünf, sechs Jahre lang ging. Das heißt, es gibt auch kaum Spieler, die es wirklich ins Profigeschäft schon geschafft haben, die hier in Wolfsburg gespielt haben. Felix Buhrmeister, Spieler war Amina Bielefeld, war mal hier. Bei Nürnberg sieht das auch schon etwas anders aus. Irritiert hier die Nürnberg und der Anschlusstreffer erziehen. Patrick Reim gibt das Ding ja noch nicht verloren. Also Marius Wolf zum Beispiel frisch gewechselt zu Hannover 96 war hier mit Nürnberg. Dann Pascal Köpke, Sohn von Andreas Köpke, mittlerweile beim KSC. Michael Görlitz, Spieler bei Amina Bielefeld, war hier. Niklas Stark von Hertha BSC Berlin. René Follert, Karlsruher SC, war hier. Also da doch schon einige Spieler aus der Talentschmiede. Der Nürnberger. Das sind im Übrigen die Franken. Ein gern gesehener Gast hier in Lüböke. Bei den Organisatoren sehr beliebt. Nächste Möglichkeit hier wieder von Wolfsburg. Oh, und das war fast ein Muss-Tor. Tyson Richter etwas zu lässig im Abschluss. Also die Nürnberger gern gesehener Gast. Sehr sympathisch, sehr angenehm. Auch eine Abwicklung. Trainer Michael Bischof, 48 Jahre. Schon viele, viele Jahre hier gewesen. Zitat aus dem letzten Jahr. Kleinen Moment, wir nehmen erst noch das 2 zu 3 mit. Auch Nürnberg beweisst Comeback-Qualitäten. Wir warten noch. Jetzt habt ihr Rücknummer. Ikin Chan Celebi mit dem Treffer. 2 zu 3. Also Michael Bischof hat gesagt, der Freeway Cup ist für uns das beste Hallenturnier in Deutschland. Und zwar sportlich, organisatorisch und menschlich. Es passt einfach und es passt auch beim Abschluss von Jesaja Hermann mit seinem zweiten Treffer heute. 4 zu 2. Es geht also heiter weiter in Sachen Torabschluss. Auch in dieser Partie. Das war eine gute Parade von Antonio Brandt. Der Namensvetter übrigens gegenüber im Tor, Jonas Brandt. Allerdings der Hausflugger-Keeper mit DT. Also können wir eine Verwandtschaft hier ausschließen. bei DT. Bei DT. bei DT. bei DT. bei DT. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da sollten sie mal alle Erdatsspieler kurz in Deckung bringen. Strahler einmal zielgenau auf seiner Haltung überprüft. Jetzt in Nürnberger. Tolles Solo. Drei gegen zwei Überzahl jetzt. Wenn es schnell geht, aber dann wird der Ball nicht quergespielt. Abprall allein jetzt beim Nürnberger Spieler. Da war mehr drin. Dann in Nürnberger. Dann in Nürnberger. Dann in Nürnberger. Dan in Nürnberger. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.